Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Eine besondere Tradition in der Weihnachtszeit, wenn auch pandemiebedingt weiterhin unter besonderen Vorzeichen. Im Namen unserer Vereinseigenstiftung Schalke hilft, brachte unter anderem unser S04-Vorstand in Christina Röthamers Geschenke, kleine Überraschungen und jeweils ein Scheck in Höhe von 1.904 Euro in die Kinderklinik des Bergmanns Heilengelsenkirchen und ins Friedensdorf in Oberhausen. Leider macht uns die Corona-Pandemie auch in diesem Jahr die Besuche der Einrichtungen durch unsere Profis unmöglich. So sehr wir es bedauern, aber gerade der Schutz der Kinder und Menschen in den Einrichtungen steht für uns an erster Stelle. Gemeinsam mit unserem Lizenzteam haben wir dennoch einen schönen Weg gefunden, um für etwas Freude zu sorgen, sagt Sebastian Bundkirchen, Geschäftsführer von Schalke Hilft und Direktor für Fans und Vereinsangelegenheiten. Christina Röthamers und Sebastian Bundkirchen führen nämlich deshalb stellvertretend zuerst gemeinsam mit Klaus Fischer in die Kinderklinik des Bergmanns Heilengelsenkirchen und trafen sich dort mit Dr. Lautner, ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendklinik. Vor der Klinik lieferte die Stiftung Rucksäcke mit kleinen Geschenken für die jungen Patienten, präsente für die Station, ein Schenker über 1.904 Euro von der Lizenzmannschaft, gab es zudem auch noch selbstgebackene Weihnachtsplätzchen, denn die haben unsere Mannschaft ja mal selber gemacht, also gute Aktion. Für Christina Röthamers hat der Tag nämlich auch einen besonderen Stellenwert. Die Weihnachtsbesuche rücken für uns alle vieles in die richtige Perspektive. Gerade deshalb ist es uns als Verein so wichtig, an diesen Aktionen festzuhalten, unabhängig davon, in welcher Situation sich unser Klub befindet. Ich bin dankbar und froh, dass in diesem Jahr wieder in zwei tollen Einrichtungen für etwas Weihnachtsstimmung sorgen konnten. Anschließend ging es dann mit Olaf Thon, der Vorstände, und Sebastian Bundkirchen ins Friedensdorf International nach Oberhausen. Auch hierfür hatte sich das Team um Leiterlizenz Gerhard Asamor eine besonders schöne Überraschung ausgedacht. Im Vorfeld hatten die Spieler der Mannschaftskasse geöffnet und für die Kinder der Einrichtung Kleidung und Spielsachen eingekauft. Anschließend ging es für sie in die Arena-Küche, wo sie sich eben dann auch an die Öfen stellten und einen Nachmittag lang Kekse backten. Eine andere Gruppe der Schalker Proviser brachte ihre Zeit damit, die Geschenke für die Kids im Friedensdorf weihnachtlich zu verpacken. Die Weihnachtsaktionen haben auf Schalke eine lange Tradition und einen hohen Stellenwert. Leider waren die Möglichkeiten diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation begrenzt. Dennoch wollte die Mannschaft unbedingt helfen. Deshalb hat sie für die Kinder in der Kinderklinik und Friedensdorf Plätzchen gebacken. Zudem haben die Jungs von ihrem Geld aus der Mannschaftskasse Anziehsachen und Spielsachen für die Kinder gekauft, die dann stellvertretend übergeben wurden. Wir alle hoffen sehr, dass wir im kommenden Jahr wieder mit vor Ort sein können. So Gerald Asamor, unser Leiter der Lizenzabteilung des S04. Sehr, sehr schöne Aktion auch von unseren Profis, das da mitgemacht wurde. Und ich glaube, damit konnte man den Kindern wie auch den Mitarbeitern eine einfache, aber vor allen Dingen auch schöne Freude machen. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!